Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar heute ziehen wir den Gewinner der Verlosung vom 2. Advent und ich mache jeden Advent eine Verlosung, denn diesmal war es eine Minty Pigax und es wird jetzt immer krasser und wir packen gleich mal den Link rein und wir haben einfach insgesamt 1200 Comments erreicht Ich danke an jenen, der so krass gespannt hat, wirklich einfach nur Ehre und wir ziehen jetzt den glücklichen Gewinner und ich bin schon mega gespannt und der Gewinner ist Marco Horat, er hat 900 A Da muss ich los Ne, 900 98 Das sind fast 1000 Comments Marco Horat, du hast es dir so verdient Ich schreibe dich gleich auf Snapchat an und sende dir dann den Code wirklich 1000 Comments Digga, fast 1000 Comments Holy Leute, das war's mit diesem Video, haut rein und ciao Leute Ich schreibe dich gut ja auch setz dich instagram und besochen sie river